Was das war. Ist dann lustig aus, jedenfalls. Ich wusste ja, wie sie wusste. Und wir drehen erst mal die Funktion. Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Ne, wirst du nicht, kleine Maus. Ich weiß nicht, ob ich hier mitmischen darf. Ist ja scheinbar eine Idee bei mir. Ja, das war so klar. So. 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 ja das ist auf jeden Fall Bucky Aua, ich schaue mich nicht, was nicht in den Kampf. Ich hätte nichts noch machen sollen. Tja, das war wohl nichts. Deine kleinen Scheiß-Mobs hier. Lachhaft. So, ich glaube, wir können jetzt aber wieder upgraden. Waffen. Ja, können wir sogar. Warpack-Klinge, ganz klar, upgraden. Ist das denn noch schneller, oder was? Boah, schon wieder ein Epic-Fails? Gibt's nicht, Alice! Du kleine Göre, was tust du da? Wie soll's doch nicht deine Waffe da einfach mal so... Ja, und jetzt? Ja, nett. Ents, nett. Ich hab irgendwas gehört. Irgendwie... Oh! Joa, die Kilometer... Äh, jetzt ist das Schärfer. Ein Tier aufdrehen, jetzt sieht's los. Scheißmaus. Auf den Kragen! Ein kurzzeitiger Rückschlag! Ein kleines Hindernis! Eine banale Hemmung! Ich mach einfach weiter! Mit dir befasse ich mich später, Alice! Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf! Könnt' ich auch sein, ja. Nein, also... So, Alice! Jetzt hast du alles! Nein, nein, nicht anschießen! Das hat's den Hebel nur bedeuten! Damit haben wir dann die Hände! Glaublich! 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 Ups! Verwirrt! Schrumpfen! Kann dir den Weg weisen! Das haben wir jetzt schon zum dritten Mal, vierten Mal gelesen! So tippsmäßig! Das ist der Pfeffermüle! Die Pfeffermüle ist geil! Tja, jetzt haben wir alles, Baby! Und die Hose noch! Hat der lange hin, ey! Nö, okay, ist ja nur Torso! Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher! Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch! Oder was auch immer ich sein mag! Wie ein verfrühter Frühling! Wie ein geschmiertes Getriebe! Wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt! Antworte mir, Hutmacher! Ich leide! Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür! Oder eine Spiegelung! Oder die Auswirkung! Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder! Wundere mich, wie man Regeln misst! Mit einem Maßstab! Grausame Regeln! Idiot! Ich hätte dich so lassen sollen! Komm! Du kannst mir wenigstens helfen herauszufinden, was vor sich geht! Okay... Ja, also mit dem möchte ich gerne reisen! Also der ist jedenfalls flink! Mit seinen Tubosohlen hier! So Neigschuhe und so! Meine Fresse! Wo bringt er uns hin? Wo hin? Äh... What the fuck? Äh... Hallo! What's... Ja, das ist ja kein Problem! Ja, das ist ja gut! Ich habe verstanden! Ja, aber warum sind wir jetzt hier? Ich finde das jetzt ein bisschen so... Ja... Ja... Ja gut, wir sind jetzt einfach hier! Ähm... Entweder hat sich das Video jetzt weggeschleudert, wie auch immer... Ich weiß es nicht! Ja... 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 Boah... Ich wollte hier noch einen Kartenbacken vorher... Moment... Oh... Kann... Hinten... 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 Alles einsteigen! Schon paartig, oder? Leute... Hinten... Ja... Und dann... Jetzt... hat. Diverse Vorteile. Upsala. Ja, ach, jetzt kommt ihr da mit, ja? Ich versuche zu denken, aber nichts passiert. So, jetzt darf es. Ich mit dem, nur ein Abweich. Oh ja, ich habe einen Lauf. Das kann nicht mehr lange dauern. Ich bin dann direkt auf der Faden. Ich bin dann lächend. Drei Gehen, okay. Jetzt können wir mal gucken. Oh, kürbetsiz die Schellers. auch auch das ist ja und bringt uns ich will das jetzt noch wissen Gefällt mir hier nicht. Passiert hier nicht was. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wiss ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Tja, eher vom... Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Aber sich auch noch... Guten Tag! Hierüber... Zähne zum Einsammeln... So, hier hoch... Dann wieder klein machen... Geht's... Hier... 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 Ich in seine Uhr sein... Achteru... Ah, gut, da gibt es Sinn. Da gibt es Sinn. Ja, 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 da gibt es Sinn. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.